Andreas, ich wollte gerne abnehmen, ich wollte alles perfekt machen, aber ich habe nicht abgenommen, ich habe nur zugenommen. Vielleicht kennt ihr das, es gibt so Frauen, die wollen alles perfekt machen und das funktioniert dann irgendwie nicht, es geht eigentlich eher nach hinten los. Ich will euch eine Geschichte erzählen aus meinem Coaching. Ich habe vor zehn Jahren ungefähr mal eine Dame im Coaching gehabt, da habe ich noch gar nicht so viel Coaching gemacht, eigentlich habe ich eher von Vorträgen gelebt. Aber ich habe ab und zu mal Anfragen bekommen von Leuten oder von Frauen, die bei mir im Vortrag waren, kannst du mir auch persönlich helfen? Und dann habe ich gesagt, naja gut, kann ich ja mal machen. Also habe ich das ausprobiert erstmal, es war eher so ein Trial and Error. Und ich hatte eine Dame im Coaching, die wollte unbedingt abnehmen, hatte so 110 Kilo, die Frau war auch relativ groß, 1,75 Meter, aber war natürlich viel zu viel. Wir haben zusammen Online-Coaching gemacht, wir haben immer miteinander geschrieben, sie hat mir alles mögliche erklärt, was sie so macht den ganzen Tag. Und die war auch wirklich sehr schlau, die Dame, die hat mir dann auch geholfen, noch bei mir ein Buch zu schreiben, hat mir so Kapitel geschrieben, alles gut. Aber das Gewicht ging nicht runter, obwohl sie eigentlich alles wusste und sie war auch beim Arzt und sie war überall, aber nichts hat funktioniert. Also habe ich irgendwann gesagt, du, ich kann dir nicht helfen, wir sind jetzt ein halbes Jahr zusammen, du bezahlst jeden Monat Geld, aber es bringt nichts. Das Gewicht geht überhaupt nicht runter. Und dann sagt sie, ja, aber bitte lass mich doch einmal dich besuchen kommen, dass wir mal zusammen persönlich reden, weil es ja Online-Coaching war. Nun war das 500 Kilometer weit weg. Ich sage, du, das sind 500 Kilometer, beziehungsweise wir waren dann schon beim Du, wir waren ungefähr ein halbes Jahr beim Sie, sehr angenehm eigentlich alles und sehr höflich. Und dann sagt sie, ich möchte unbedingt zu dir kommen. Und ich hatte damals überhaupt kein Büro oder so. Ich hatte so ein Redaktionsbüro, wo ich alleine drin gesessen habe, 20 Quadratmeter. Und mir war das auch komplett unangenehm, da überhaupt Gäste zu empfangen. Das wollte ich eigentlich auch nie. Ich wollte nur meine Vorträge vorbereiten und fertig. Und gut, ich hätte mich jetzt im Nachhinein natürlich mit der Dame auch irgendwo anders treffen können, irgendwo im Restaurant oder was. Aber ich habe gedacht, nee, dann komm. So, dann ist sie angefahren gekommen. Die kam dann vorgefahren. Schöne S-Klasse, schöne Gucci-Tapete an. Richtig schöne Schmuck. Also ein paar tausend Euro Schmuck sah es auf jeden Fall so aus. Und kam dann zu mir rein. Mir war das unangenehm in meinem kleinen Büro. Aber egal. Jedenfalls haben wir dann uns unterhalten. Und ich sage euch, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich hatte überhaupt keine Lösung mehr, denn wir hatten alles mögliche ernährungsmäßig ausbildet und nichts ging. Und damals wusste ich noch nicht, dass es eine sogenannte Geist- und Stoffwechselverbindung gibt. Und da gibt es heute eine richtige Wissenschaft zu. Das nennt man Psychoneuroendocrinologie. Und da weiß man, dass auch Gefühle sich auf die Hormone und auf den Stoffwechsel auswirken. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr Angst habt oder so, dass dann vielleicht die Verdauung nicht so gut ist oder so. Oder wenn ihr sehr viel Stress habt, dass ihr dann Blutzuckerschwankungen habt, weil das Cortisol durcheinander ist. Und wenn Cortisol durcheinander ist, das Stresshormon, dann ist auch mehr Zucker da, mehr Blutzucker da und auch mehr Hunger. Und irgendwie, damals wusste ich das noch nicht, ich habe es irgendwie so ein bisschen vermutet. Und letztendlich spricht sie mit mir und ich saß die ganze Zeit da und ich habe eigentlich gar nichts machen können. Ich habe gesagt, ja, was mache ich denn jetzt mit der Dame? Also, die erzählte und erzählte und ich hatte echt keine Lösung. Mir war das total unangenehm. Erstmal in meinem alten Redaktionsbüro, was nicht schön war. Ich konnte ihr nicht helfen. Sie ist extra von Frankfurt damals, also 500 Kilometer, mit dem Auto zu mir gefahren, um mit mir zu reden. Ich habe versucht, ihr auszureden, aber es ging nicht. Und dann saß sie da, 500 Kilometer gefahren, in meinem komischen kleinen Büro und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Wie helfe ich dieser Frau jetzt? Und ich hörte mir das so alles so an und habe gar nichts gesagt. Und irgendwann habe ich so gedacht, Moment mal, wie war das nochmal bei der Kalorienzufuhr? 17 Uhr, 17.15 Uhr war so ein Ausschlag in der Kalorienzufuhr. Sonst war die Kalorienzufuhr relativ niedrig, sie hätte so Excel-Tabellen gemacht. Und dann habe ich so gesagt, was machst du um 17 Uhr noch was? Ja, dann komme ich nach Hause. Und dann macht sie das und das. Ich erzähle euch gleich, was sie gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, gib mir mal dein Handy. Da sagt sie, was willst du damit? Ich möchte deinen Mann anrufen. Sagt sie, nein, du rufst meinen Mann nicht an. Doch, ich rufe jetzt deinen Mann an. Wieso? Gib mal das Handy, ich rufe deinen Mann an. Sie wollte nicht, dass ich ihren Mann anrufe, aber sie wollte nicht, dass ich den Mann anrufe, weil ich den Mann anrufe, sondern sie hat auf ihrem Handy ihren Mann eingespeichert als fetter Otter. Naja, und das wollte sie wohl nicht, dass ich das rauskriege, wie sie ihren Mann nennt. So, und ebenfalls habe ich ihn dann am Telefon gehabt. Ach, hallo Schatz, hat er gesagt, nee, hier ist Andreas Scholz. Ach ja, das ist schön, meine Frau ist ja bei Ihnen und so. Ich sage, ja, die bleibt jetzt doch hier, das war ja viel Spaß und so. Und dann sage ich, hören Sie mal, der war bei der Bank, der musste jeden Tag einen Anzug anziehen und Krawatte und Hemd und kaputte Schuhe, also der musste, war wirklich gut gesattelt und alles, die ganze Familie, sehr gut. Und dann sage ich, sag mal, mach dir das was aus, wenn du so einmal die Woche deine Hemden, Krawatten und Anzüge irgendwo zur Reinigung bringst und dann ein paar Tage später wieder abholst. Ich dachte, nee, ist kein Problem, wo uns um die Ecke ist, so ein Ding kann ich abgeben. Das machte er bis dahin nicht. Ich sage, und wenn du abends zu Hause kommst und es ist mal nicht so aufgeräumt, ist das ein Problem? Nee, ist kein Problem, also, ich kenne das ja selber von mir. Ich sage, und wenn das Essen nicht auf dem Tisch steht, ist das ein Problem? Sagt er, nee, ich war ja auch Student, ich kann mir wohl ein Brot machen. Also Brot ist bestimmt immer da und Scheibe Wurst oder Käse auch, also muss nicht unbedingt. Und da haben wir es gehabt. Diese Frau wollte perfekt sein. Die kam selber um 5 Uhr von der Arbeit, um 6 kam der Mann von der Arbeit und als sie um 5 Uhr nach Hause kam, hatte sie so einen Stress bekommen, weil sie wusste, um 6 Uhr kommt der Mann. Ich muss bis dahin die Anzüge bügeln, die Hemden bügeln, die Krawatten bügeln, die Bude aufräumen und Essen machen. Und das musste sie ja gar nicht, aber sie hat geglaubt, dass sie das muss. Diesen Stress, die hat gedacht, dann ist sie perfekt, sonst nicht. Und hat dann also, wenn sie um kurz nach 5 Uhr im Haus war, im Mantel, die hat sie gar nicht ausgezogen. Also jetzt nicht ganz ausgezogen, die hat die Jacke gar nicht ausgezogen. Direkt zum Kühlschrank und alles weggemäht, was nicht weglaufen konnte. Und das waren teilweise bis zu 2000 Kalorien, so eine Art Binge-Eating. Weil sie Stress hatte, weil sie dachte, sie muss für den Mann alles machen. Und dann hat der Mann das jetzt damals dann anders gemacht. Er hat die Anzüge selber weggebracht, die Hemden selber weggebracht. Auch wenn da mal einen Schuh rumstand, egal, hat sie auch mal selber ein Brot gemacht oder was zu essen gemacht. Und dann ging das Gewicht runter bei der Frau, weil sie nicht mehr diesen Stress hatte. Sie konnte also nach Hause gehen, hatte Zeit, konnte vielleicht sich nochmal hinsetzen, Tasse Kaffee trinken, aus dem Fenster gucken oder was auch immer. Und dadurch hat sie nicht diese Fressattacken gehabt, weil sie nicht unter Stress war. Das ist die sogenannte Geist-Stoff-Wechsel-Verbindung. Und ich hatte gerade euch letztes Mal auch in der Story gezeigt, eine Dame, die auch alles perfekt machen wollte. Sie hat sogar reingeschrieben, ich wollte perfekt sein. Ich wollte eine perfekte Mama sein. Ich wollte eine perfekte Frau sein. Ich wollte alles perfekt machen. Diese Dame, von der ich da rede, die ist also durch die ganze Welt gefahren bald, in verschiedene Städte und hat da Hormonbelange, hat Hormonmessungen gemacht, hat dies gemacht, hat das gemacht. Hat richtig, richtig viel Geld ausgegeben für irgendwelche Sachen. Aber es hat nichts gebracht, weil grundsätzlich der Stoffwechsel durcheinander war. Und auch überhaupt der Mensch unter so einem Druck war, dass es gar nicht möglich war, überhaupt abzunehmen, beziehungsweise diese Top-Figur zu erreichen, von der sie geglaubt hat, dass sie die haben muss, weil dann der Mann sie sonst nicht mehr liebt. Oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, was der Hauptgrund war. Was ich eigentlich damit sagen möchte mit diesem Video ist, man muss die ganze Situation betrachten. Wer sich komplett selber unter Druck setzt, wird nicht abnehmen können, weil dann macht er ja auch noch mehr Druck, weil dann hat er ja ganz enge Regimes, was ich meine, wie so intermittierendes Fasten ganz hart oder was auch immer. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen nehmt das mal mit, guckt euch mal an, die sogenannte Geist-Stoffwechsel-Verbindung, die dafür zuständig ist, ob der Körper so funktioniert, wie du das haben möchtest oder nicht. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte einfach kommentieren. Wenn ihr jemanden kennt, der sich dieses Video auch anschauen sollte oder ihr kennt vielleicht sogar jemanden, der sich den ganzen Tag verrückt macht, der den ganzen Tag oder diese Person, die den ganzen Tag nur in Kalorien denkt, in Essen denkt, in Sport denkt, in Nahrungsergänzungen denkt, in alles mögliche denkt, aber nicht weiterkommt, weil sie viel zu viel denkt. Ja, der bitte mal dieses Video weiterleiten, ansonsten gerne den Kanal natürlich abonnieren und freue ich mich natürlich drüber und schreibt mir drunter, welche Themen euch noch so interessieren würden. Bis dahin, schöne Zeit, liebe Grüße, euer Andreas Scholz, der Figur-Macher.